Ich bin Kuni Büchel-Brünweiler, bin 56, geheiratet und lebe mit meinem Mann in Verdotz. In meiner Freizeit gehe ich gerne gerade fahren und bin gerne verdossen. Ich spiele Tennis und gehe aber gerne an Vorträge ins Literaturhaus, ans Lehrterstein-Institut oder auch mal an die Campusgespräche in der Uni. Von Beruf bin ich Lehrerin und Heilpädagogin. Zu meinem Berufsalltag gehört die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in der Regelschule. Ich unterrichte auch andere Fähigkeiten wie Ethik oder Bildung zur nachhaltigen Entwicklung und mache Lernförderung, vor allem im Bereich Mathematik und Sprache. Ich bin schon längere Zeit im politischen Bereich tätig. Ich habe früher eine Kommissionsarbeit gemacht, Schulrat, Jugendrat und bin dann in den Vorstand der Freien Liste gekommen. Seit drei Jahren bin ich als Co-Präsidentin in der Freien Liste tätig. Ich bin sehr motiviert, mich für ein Landtagsmandat zur Verfügung zu stellen. Die Themen sind vielfältig. Und meine Themen sind besonders der Klimaschutz, das heisst also die Reduktion vom CO2-Ausstoß gemäss Kyoto-Protokoll. Genauso wichtig sind mir sozialpolitische Themen. Die frühe Förderung von Kindern, also gute Sprachkenntnisse für Kinder, dass sie wirklich auch gute Chancen haben, an der Bildung teilzunehmen. Dass es für ältere Menschen eine gute Lösung gibt, für Pensions- und AHV-Situationen, aber auch für ihre Pflege und Betreuung. Es sind grosse Herausforderungen, die die nächsten vier Jahre warten. Ich bin motiviert, mich dort einzubringen und die wichtigen Themen, die wir künftig auf der Agenda haben, mitgestalten.